Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute gibt es ein wirklich kurzes Quickie-Reading für die Woche vom 1. bis zum 7. zum Thema Liebe für Singles und Beziehungsstatus. Unklar, kurz und quickie deshalb schlicht und ergreifend, weil es heute auch an Zeit mangelt. Dementsprechend, aber ich wollte euch nicht leer ausgehen lassen. So, meine Lieben, für mehr Informationen immer noch Aszendenten und Venus mit anschauen. Die Playlist Singles 1. bis 7. wird am Ende wieder eingeblendet und natürlich auch eure allgemeinen Legungen für den 1. bis 7. mit einbeziehen. Und mehr Legungen für euer jeweiliges Zeichen und die dazugehörigen Aszendenten und Venus findet ihr in den jeweiligen Zeichen-Playlists. Von Widder bis Fische und da würde ich sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für alle Steinbock-Singles und alle Steinböcke, deren Beziehungsstatus unklar ist zum Thema Liebe für die Woche vom 1. bis zum 7. August. Steinbock-Singles, Beziehungsstatus unklar, vielen Dank. Ach, der Kälte hier auf dem Kopf, ach, der Stäbe. So, wir haben Schütze-Energie, wir haben Widder-Energie. So, fangen wir mal mit Beziehungsstatus unklar an hier, weil es einem so ins Gesicht schlägt quasi. Da möchte man dann endlich mit euch dann doch irgendwie die Kuh vom Eis kriegen, da möchte man doch mit euch zusammen sein, man möchte nochmal sprechen. Da kommen die tollen Nachrichten und so weiter und so fort und dann kommt ihr und ihr sagt, ich habe jetzt ernsthaft die Nase voll. Also, wenn du mit mir zusammen sein willst, dann unter den und den Bedingungen. Ich habe hier echt gelitten, ich habe gebibbert, ich habe gewartet, ich habe ganz viel getan und gemacht und es kam und kam und kam nicht ins Leben. Und kannst dich jetzt entscheiden, hopp oder top, also das wirklich Pistole auf die Brust setzen. Einige von euch sagen auch, ich habe keine Lust mehr, auch nur irgendwas zu tun. Ja, es ist jetzt an dir. Bumm. Also, damit hätte euer Gegenüber auch nicht gerechnet. Das ist so richtig so, Hilfe. Wer bist du und was hast du mit meinem Steinbock gemacht, so nach dem Motto? Und ja, die Singles unter euch könnten hier nochmal jemanden aus der Vergangenheit irgendwie anziehen, aber auch ihr sagt, nein, leider, nein, leider gar nicht. Ihr setzt da ganz, also ihr erklärt das auch ganz souverän und in Ruhe, warum ihr euch darauf nicht mehr einlassen wollt. Ihr habt die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, das betrifft jetzt diejenigen, die eine neue Arbeit anfangen oder eine neue Abteilung in der Firma beziehen und dort anfangen. Aber ihr lasst das auch so ganz langsam laufen. Das ist, das ist so anfangs ein bisschen nicht klar, beziehungsweise auch so dieser Aspekt, das ist hier auf der Arbeit. Also, man sollte auch wirklich nicht da die Haufen setzen, wo man ist. Deswegen ist das eine vorsichtige Sache, das ist anfangs nicht klar und unsicher, beziehungsweise, wie soll ich das jetzt sagen? Es mangelt nicht an den Gefühlen, aber ihr beratschlagt, ob das eine sinnvolle Sache ist und ob man das überhaupt machen kann. Nicht, dass das irgendwie scheitert und man sich dann täglich auf der Arbeit begegnet. Das sind so die Skepsispunkte. Aber es ist eine wirklich sehr schöne Sache. Viele von euch haben die Möglichkeit, jemanden komplett Neues kennenzulernen. Viele von euch auch wirklich so Dating-App-mäßig. Andere von euch... Andere von euch tatsächlich auf der Post. Oder beim Physiotherapeuten. Interessanterweise. Oder... Lasst mich nicht lügen. Doch. Doch beim Physiotherapeuten. Gut. Wissen wir das auch. Also, wir gucken da nochmal rein. Aber das wird so eine ruhige, langsame, einfach schöne Begegnung. Ja, hier, da haben wir ihn auch schon nochmal. Den Job, den neuen Job, irgendwie die Umgestaltung des Jobs. Ihr seht Dinge klarer. Also, wir haben ja den Gehängten auf dem Kopf. Fische-Energie im Übrigen. Ihr macht was anders. Also, ihr habt keine Lust mehr, euch in irgendwelche komplizierten Dinge zu verstricken. Ihr habt auch keine Lust mehr, euch hinhalten zu lassen. Also, ihr steht tatsächlich nach und nach in der Erdungsphase tatsächlich für euch und eure Werte ein und runter geht nicht mehr. Und dann kommt da jemand und der haut euch um. Und ich sage euch, das ist auch, das kann für einige von euch auch erstmal in so einer körperlichen Affäre, mit einer körperlichen Affäre beginnen. Und da kann wirklich was Tolles draus wachsen. So, Ascendent, Mond, Venus mit anschauen in der Singles-Playlist. Und dann wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald. Und dann wünsche ich euch eine Wundervolle Woche.